Was haben wir hier? Es ist immer der absolute Tiefpunkt eines solchen Konzerts, dieses Thema. Und darum gehen wir jetzt langsam wieder nach oben. Von der neuen Scheibe. Für meinen alten Freund aus Düsseldorf, er benennt sich nach einem schlecht schmeckenden Bonbon. Es ist nicht nehm zwei. Die Stretzschlimo sind vorgefahren. Die ganze linke Schickeria, sie ist da. Wie im Maul, blasiert und aufgepreselt. Falsch grinsend, für die Kamera. Punks in Armani, Deckel in der Adelschreife. All die ganze Toten Hosen dieser Welt. Punks in Armani, ich würde es nie begreifen. Welche Esel geben euch bloß ihr Geld? Anarchite gibt's für euch preiswert auf T-Shirt. Und jede Menge anderen Kommi-Hack-Mack. Ihr singt von Revolution und Aufstand bloß nicht. Dann werden ihr eure Millionen Konten weg. Punks in Armani, Deckel in der Adelschreife. All die ganzen Toten Hosen dieser Welt. Punks in Armani, ich werde es nie begreifen. Welche Esel geben euch bloß ihr Geld? Wo sind die Dödel, die auf euch abfahren? Wer zum Teufel eigentlich noch euren Scheiß? Wer brauchen 60-Jährigen, der auf 16 macht? Tim Schweiger ist keine Hunde an. Oder wie die Scheiße heißt? Punks in Armani, Deckel in der Adelschreife. All die ganzen Toten Hosen dieser Welt. Punks in Armani, ich werde es nie begreifen. Welche Esel geben euch bloß ihr Geld? Welche Dödel geben euch bloß ihr Geld? Welche Affen geben euch bloß ihr Geld? Danke, ich freue mich, dass ihr mich schwitzt.